hallo liebe leute hier ist wer euer dom von firien lp ich grüße euch herzlich zu einer neuen folge meint pass totaler muss diesen letzten aus diesem wald raus wo das bisschen tricky rätsel war und wir werden auch mal sehen was danach kommt noch mehr wald das ist der baum ich jetzt muss ich das portal da anbekommen wir haben einfach mal runter we never settled for long after studying the climate effects of deforestation we moved on to warmer definitely not greener pastures that's what happened in the wrong place and at the worst of times disaster ich glaube nicht dass das jetzt das rätsel war ist das hier eine barriere oder was hier also muss man irgendwo so eine zweite zelle finden passen ab 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 Ah. 1-2-3-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe das gleiche Fehler gemacht, mit meiner Frau. Ich weiß das jetzt. Ich habe das gemacht, aber dann... Ich glaube, ich bin ein Schiff auf der alten Böcke. Ah, cool. Ich könnte sie helfen. Das war mein Cross zu bear. Wir sollten nicht mehr da in der ersten Place sein. Für das, mein Kold-Hearted-Bastard aus dem Vater war zu blame. Aber ich habe nie erzählt. Ich habe nie erlebt. Das war mein Chance. Mein nur Chance. Ich konnte ihn bereits kommen in die Distance. Later, unter dem Eis, würde er die Hellen aus mir. Aber er würde auch lighten die Weg zu meinen Memorien. Okay. 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 Und dann wäre es der nächste Ausfall. Okay. Oh, genau. Okay. Let's go. ... 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 I was a lucky dad compared to my father. Oh yes, clever girl. Sophia had shielded herself in a closet, it tumbled over and she got trapped. Ah, da ist die Zelle. Das ist mein Screenshot. Das sieht zu geil aus. Das ist mein Screenshot. 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 Oh fuck! Oh fuck Oh fuck Fuck oh fuck oh fuck oh fuck oh fuck! Fuck! Das scheint auf jeden Fall irgendwie nach vorne zu laufen. Ganz hinten war ne Tür wo ich rein musste. Jetzt kriegt er sich wieder auf. Nein! Nein! Sorry, da hat die kurz noch ein Leck. Tut mir leid. Da ist die Tür. Ach nö! Renn! Fuck 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 fuck! Du hörst nicht! Bist du gehst nicht! Aaaaaaahaaahhh! Eh! Yes, er wacht auf meine Tür. Komm her, ich bin durchdraus. Langsam gehen wir, es ist letztendlich noch im Sinne. Komm jetzt, mach mich bitte glatt. He 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 he. Gerade in Matana müsste ich jetzt das Ding genau an der Tür haben. Du bist. Brennen du fucker. No, das war nicht ganz. Komm, hier ist die Tür. He 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 he. So, jetzt runter. dieser folge von mein pass totaler muss ich würde mich freuen wenn nächstes mal wieder reinschaut ich glaube wir nähern uns jetzt langsam dem ende macht's gut und bis